In diesem Film wird die Durchführung der strukturierten, apparativen Untersuchung vorgestellt. Dies ist Bestandteil von eExposure. Neben unseren Sinnen können dazu ein Messgerät für die Sauerstoffsättigung, ein EKG, eine Blutdruckmanschette mit Stethoskop, ein Blutzuckermessgerät, ein Fieberthermometer und eine Uhr mit Sekundenanzeige verwendet werden. Die Atemfrequenz gibt die Anzahl der Atemzüge innerhalb einer Minute an. Diese kann unterschiedlich gemessen werden. Möglichkeit 1 Beobachtung des Oberkörpers und des Gesichts. Dabei werden die Atemzüge mitgezählt. Möglichkeit 2 Auflegen einer Hand auf den Oberbauch des Patienten, um die Atmung besser beurteilen zu können. Möglichkeit 3 Auflegen beider Hände auf den Brustkorb. Damit kann auch das beidseitige Heben und Senken des Brustkorbes beurteilt werden. Die Atemfrequenz kann bei Patienten mit Sauerstoffmaske durch das Beschlagen der Maske beim Ausatmen gut kontrolliert werden. Die Pulsoxymmetrie ist eine einfache Methode, um die Sauerstoffsättigung im Kapillarblut zu messen. Die Messung erfolgt über einen Sensor, der an einem Finger, am Ohrläppchen oder einer Zehe angebracht wird. Das Gerät misst den Anteil des mit Sauerstoff geladenen Hämoglobins. Die SpO2-Kurve bzw. der Messbalken gibt auch Auskunft über die Qualität der Messung. Die Pulsmessung ist eine wichtige Methode, um den Zustand des Patienten beurteilen zu können. Neben der Frequenz gibt die Qualität des Pulses, kräftig oder regelmäßig, Hinweise auf die Kreislaufsituation. Um den Wert pro Minute zu erhalten, reicht es aus, den Puls für einige Sekunden zu tasten und den Wert zu multiplizieren. Am Handgelenk, Sprunggelenk oder Fußrücken wird mit mehreren Fingerkuppen der Verlauf der Arterie gesucht und der Puls getastet. Bei leicht überstrecktem Kopf wird mit mehreren Fingerkuppen die Halsschlagader gesucht. Dabei darf der Daumen nicht verwendet werden. Die Puls-Tastung darf nicht gleichzeitig an beiden Halsschlagadern erfolgen. Im Rettungsdienst wird meist die indirekte arterielle Druckmessung, englisch Non-Invasive Blood Pressure, an einer Extremität, meist am Arm durchgeführt. Die Blutdruckmessung ist eine unterstützende Maßnahme, um die Kreislaufsituation des Patienten einzuschätzen. Das Blutdruckmessgerät besteht aus einer Manschette, die über einen Gummiball aufgeblasen wird. Beim langsamen Ablassen der Luft über das Ventil wird der Druck an einem Manometer angezeigt. Der Patient soll während der Blutdruckmessung sitzen oder liegen. Luftleere Manschette um die Mitte des entblößten Oberarms anlegen. Stellschraube schließen. Puls am Handgelenk fühlen. Manschette aufpumpen, bis der Puls nicht mehr spürbar ist. System mittels Stellschraube ein wenig öffnen, um den Druck langsam abzulassen. Druckanzeige beobachten. Beim Ertasten des Pulses festgestellten Wert merken. Dies ist der systolische Wert. Luft aus der Manschette ganz entweichen lassen. Luftleere Manschette um die Mitte des entblößten Oberarms anlegen. Stellschraube schließen. Puls am Handgelenk fühlen. Manschette aufpumpen, bis der Puls nicht mehr spürbar ist. Membran des Thetoskops in der Ellenbeuge aufsetzen und auf Blutdruckgeräusche achten. System mittels Stellschraube ein wenig öffnen und Druck langsam ablassen. Druckanzeige beobachten. Ist das erste Geräusch hörbar, so ist dies der systolische Wert. Weiter ablassen, bis das Geräusch verschwunden ist. Der letzte gehörte Pulsschlag ist der diastolische Wert. Luft aus der Manschette ganz entweichen lassen. Bei der Verwendung elektronischer Geräte geht man nach der beiliegenden Gebrauchsanleitung vor. Korrekte Messdaten kann man nur dann erhalten, wenn sich der Patient ruhig verhält und Fehlerquellen ausgeschlossen werden. Trotzdem ist mit einer gewissen Störenfälligkeit zu rechnen. Das Ergebnis einer elektronischen Messung muss unbedingt durch eine palpatorische oder auskultatorische Messung überprüft werden. In bestimmten Fällen, zum Beispiel bei Verdacht auf Herzinfarkt, ist eine kontinuierliche Überwachung der EKG-Kurve sinnvoll. Die Interpretation des EKGs obliegt dem Arzt. Das Schreiben eines 12 Ableitungs-EKGs ist für den Rettungssanitäter möglich, sofern es dadurch zu keiner Vernachlässigung der sanitätshilflichen Versorgung kommt. Die Blutzuckermessung durch den Sanitäter kann in verschiedenen Situationen hilfreich sein. Insbesondere bei Patienten mit Bewusstseinsstörung, deren Ursache unklar ist, oder bei Patienten mit Diabetes als bekannter Vorerkrankung. Vor der Durchführung ist der Patient über die bevorstehenden Maßnahmen zu informieren. Für die Blutentnahme ist der seitliche Rand der Fingerbeere vorzuziehen, da hier die Schmerzempfindlichkeit geringer ist. Möglichst nicht am Daumen oder Zeigefinger stechen. Alle notwendigen Materialien sind bereit zu halten. Folgender Ablauf ist empfohlen. Teststreifen entnehmen, die Dose wieder verschließen. Die Entnahmestelle desinfizieren, Einwirkzeit abwarten, eine Stechhilfe entnehmen und den Finger des Patienten punktieren. Den ersten Bluttropfen mit einem trockenen Tupfer abwischen. Den nächsten Bluttropfen auf den Messstreifen aufbringen. Trockenen Tupfer auf die Einstichstelle drücken, gegebenenfalls ein kleines Pflaster aufkleben. Messergebnis ablesen und dokumentieren. Stechhilfe und Teststreifen im Abwurfbehälter entsorgen. Fieber ist ein Zustand erhöhter Körpertemperatur mit unterschiedlichen Auslösern. Im Rettungsdienst werden entweder Ohrthermometer oder digitale Thermometer, die unter die Zunge, also sublingual gelegt werden, verwendet. Andere Messstellen sind Rektal im After, Inguinal in der Leiste oder Axilar in der Achselhöhle. Die Rektalermessung kommt der Körperkerntemperatur am nächsten. Der Patient ist über die bevorstehenden Maßnahmen zu informieren. Die normale Körpertemperatur des Menschen liegt bei 36,0 bis 37,0 Grad.